Arthrose betrifft in Deutschland etwa 5 Millionen Menschen. Noch ist die Erkrankung nicht heilbar. Einige Gewürze sollen jedoch dabei helfen, die Beschwerden zu lindern. 1. Kurkuma Das leuchtend-gelbe Gewürz wirkt entzündungshemmend. So können Schwellungen im Gelenk abklingen. 2. Kreuzkümmel Das Gewürz hat schmerzlindernde Eigenschaften. Es hilft auch gegen Entzündungen und ist antibakteriell. 3. Chili Das in Chilis enthaltene Capsaicin wirkt gegen Entzündungen und hilft bei Schmerzen. 4. Zimt Zimt kann angeschwollene Gelenke abschwellen lassen. So werden Symptome der Arthrose gelindert. 5. Ingwer Ingwer ist als natürliches Schmerzmittel bekannt. Die Knolle wirkt außerdem entzündungshemmend. 6. Hagebutte Hagebuttenpulver hilft gegen Entzündungen. Es kann zusätzlich Schmerzen reduzieren. 6. Schmerzen 1. Schmerzen 1. Schmerzen